Hallo, Ralf Tütteck hier mit einem kurzen Infovideo. Ja, jetzt aufgrund der aktuellen Lage werden ja immer mehr Konzerttermine abgesagt oder verschoben. Also wegen dem Konzert in Oberhausen. Da müssen wir gucken, auf welchen Termin das dann gelegt wird und ob wir dann auch daran teilnehmen können. Das ist ja offen. Aber auch so kleinere Clubfestivals, also so im Jugendzentrum Stricker oder in der Schraub in Bückeburg, die werden ja auch alle abgesagt. Und das sind ja auch so Locations, passen ja auch gerade mal so 50, 60 Leute rein. Ja, und dann habe ich heute noch erfahren, durch einen Filmkanal auf YouTube, dass auch diverse Filmstarts verschoben werden. Zum Beispiel Fast & Furious 9, der Start, der wird sogar um ein ganzes Jahr verschoben. Und ja, man macht sich halt so seine Gedanken. Aber ja, das sind halt die aktuellen Entwicklungen und man muss erst mal abwarten, wie es jetzt so mit dieser Corona-Krise weitergeht. Ja gut, das war es eigentlich für heute von mir. Nur dieses kurze Infovideo. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.